yeah endlich meinen neuen computer und gleich gestartet windows 11 alles vom feinsten alles vom neuesten doch was ist das was macht denn diese task leiste da mitten in der mitte gehört die nicht nach links falls du dich das auch fragt und du das wieder haben möchtest videos seit zig jahren gewohnt bist dann bleibt dran in diesem video erkläre ich dir wie du diese leiste dahin bekommst wo sie für viele einfach nur hingehört hallo mein name ist ich bin gründer vom rsat service und in diesem video ganz kurz wir sehen schon im hintergrund mein windows 11 und um gottes willen was ist das für eine komische hässliche taskleiste was sucht die hier in der mitte macht das nicht wesentlich mehr sinn wenn mein start hier ist wie ich das seit 20 25 jahren mache ich weiß nicht was ich microsoft dabei gedacht hat die taskleiste hier in die mitte zu packen aber wir wollen uns das ganze doch jetzt mal in ruhe hier angucken und zwar ist das ganz einfach indem ich hier die rechte maustaste nehmen in die taskleisteneinstellung reingehe und wenn diese geöffnet sind dann scrollen wir ein bisschen weiter nach unten und finden hier verhalten der taskleiste dort klicke ich einmal drauf und dann gibt es hier den punkt taskleistenausrichtung und dummerweise ich weiß nicht wer bei microsoft die geniale idee hatte was ist doch total intelligent ist das jetzt einfach in die mitte zu packen hier ein klick drauf links bin nicht und hey jetzt ist doch die taskleiste wieder da wo ich sie haben möchte wie ich es gewohnt bin wie ich das von meinen wunderschönen windows 95 an bis heute bis windows 10 gewohnt war ich kann es hier wieder aufrufen und kann dementsprechend mit der taskleiste wieder vernünftig arbeiten wenn ihr das video geholfen hat dann daumen nach oben nicht vergessen und ja schreibt mir mal in die kommentare das würde mich interessieren würdest du gerne wissen wie man eventuell das windows 10 startmenü wieder her bekommt oder gar lieber ein windows 7 startmenü wenn das der fall ist gerne unten in die kommentare rein das wäre eventuell thema für das nächste video aber da bin ich immer auf euer feedback gespannt andere video vorschläge auch gerne in die kommentare ja was ich wieder nicht vergessen will ist wenn du professionelle hilfe brauchst und dieser tipp nur die spitze deines eisberges war dann unter der 0421 64 375 76 gerne mit mir einen termin buchen und ich schaue mir mal an dass du wieder richtig freude an der it bekommst ja und wenn du es nicht getan hast abonnieren nicht vergessen und ich bin fürs heute erstmal raus wir sehen uns im nächsten video bis dann